Jetzt... Mal die Hände da... Und gehen wir! Herr Rene... Willst du den Tram nehmen zu deinem Auto? Noch ein Stück, oder? Nein, alle nachdenklichen Straßenbahn reinfahren, vorne dann schon eine andere. Natürlich schwach. Das macht uns jetzt schon einfach zu gehen, oder? Ich gehe ein bisschen zur Seite, weil ich filme so und so. Schau mal, hier die Wohnung, ganz oben. Das will ich nicht, eine Wohnung ganz oben. Für mich erster Stock.